Ja, ich habe es ja letzte Woche angekündigt, diese Woche ganz spezielles Thema in der Bildbesprechung. Schaut euch noch kurz den Vorspann an und dann geht es auch richtig los. Wie letzte Woche angekündigt, gibt es dieses Woche ein Special in der Bildbesprechung und zwar ein Nachtfoto-Special. Und warum gibt es das? Weil ich hier stehe, quasi live aus Mallorca, vor der Kathedrale Lasseux. Eins der Motive, die wir immer auf den Basisreisen, auf den Fotoreisen für die Anfänger hier auf Mallorca fotografieren, ist ein sehr schwieriges Motiv, weil die Kontrastunterschiede sehr, sehr hoch sind. Und deswegen habe ich gedacht, heute gucken wir uns mal fünf Fotos von euch an, die Nachtaufnahmen sind. Und schau mal, wie ihr das gemacht habt und was ihr vielleicht besser machen könntet, wo da eben auch schon ganz gut gelaufen ist. Neben der Tatsache, dass wir heute ein Nachtfoto- und Langzeitbelichtungsspecial haben, ist auch noch speziell, dass ich zehn Fotos bespreche. Das hängt auch sicherlich damit zusammen, dass wir hier von der Bilderflut mal ein bisschen runterkommen müssen. Und insofern habe ich mir gedacht, okay, es gibt einmal eine Folge mit zehn Fotos. Das erste ist von dem Andreas Wienemann. Andreas, vielen Dank für deine Einsendung. Wir sehen einen Weg, eine Straße und wir sehen drei Windkraftanlagen. Ja, was mir besonders gefällt, ist der Linienverlauf von dieser Straße, die schön zu diesen beiden Windkraftwerken hin verläuft, die auch noch rechts und links quasi am Straßenrand optisch stehen, was wirklich cool ist. Und als Größenkontrast dazu die dritte Anlage, finde ich auch richtig geil. Zudem stehen die Anlagen alle im selben Winkel, was auch wirklich sehr schön ist, von der Anordnung her. Ich mag auch die Färbung in diesem Fall. Ich bin ja nicht immer ein Fan von so sehr stark eingefärbten Fotos. In diesem Fall gefällt es mir aber ganz gut. Ich kann nicht genau zuordnen, wo das Licht herkommt. Ich nehme mal an, wir haben hier überwiegend Mondlicht. Vielleicht ist auch eine Tagesaufnahme und es ist sehr stark bearbeitet und abgedunkelt und dann die Lichter aufgehellt. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich vermute, dass wir Mondlicht sehen. Und ja, es ist ja schön aufgeteilt, auch was die Drittelregel von unten nach oben betrifft. Mich stört es auch überhaupt nicht, dass die linke Seite so leer ist. Denn wir kommen am Ende über die linke Seite ins Foto, beziehungsweise über den Verlauf von unten. Und ja, und auf der rechten Seite quasi ist dann die Last der Hauptmotive. Das finde ich sehr schön. Was mir nicht so wahnsinnig gut gefällt, ist die Tatsache, dass rechts an dem Windkraftwerk der Schaltkasten so wahnsinnig hell ist. Und dass wir da diesen hellen Streifen sehen. Ich weiß nicht genau, was das ist, ob das da eine Straße ist und ein Auto dann gefahren ist. Oder was wir da im Hintergrund sehen, das hätte ich wegretuschiert, sodass es eher so ein bisschen surreal wie auf der linken Seite aussieht. Aber insgesamt finde ich, es ist eine wirklich gelungene Aufnahme von so einem doch eher profanen Motiv. Und finde ich, ist wirklich richtig gut gemacht. Das zweite Foto für heute zeigt eine Stadtansicht von oben. Das Foto ist von Benjamin Wilke. Ja, lieber Benjamin, vielen Dank auch für deine Einsendung. Ich kann leider nicht erkennen, mit welcher Kamera das Foto gemacht ist. Ich sehe, dass du es in Adobe Lightroom bearbeitet hast, aber welche Kamera es war und wie die Exif-Daten sind, kann ich nicht sehen. Als erstes fällt mir mal auf, dass das Bild sehr stark nach links kippt. Das ist von oben normalerweise gar nicht so einfach zu sehen, aber in diesem Fall stehen einfach alle Gebäude und Kirchtürme und so weiter sehr stark nach links geneigt. Das finde ich gar nicht schön. Ich finde die Färbung aus dieser doch sehr warmen Stadtbeleuchtung und dem eher bläulichen Hintergrund sehr schön. Aber ich bin entsetzt, wie stark das Bild rauscht. Also ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also ich weiß nicht, womit du das fotografiert hast und wie und warum es so verrauscht ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht aus irgendwie einem fliegenden Objekt fotografiert ist, weil es sieht ja schon sehr, sehr hoch aus. Auch verglichen mit allen anderen Gebäuden. Also wahrscheinlich bist du da drüber geflogen mit einem Heißluftballon oder einem Flugzeug oder was auch immer. Es ändert aber gar nichts daran, dass ich nicht verstehe, auf was für einen wahnsinnigen ISO-Wert du hochgeschraubt haben musst, damit das Foto so rauscht, wie es rauscht. Und gerade, was den Himmel betrifft, da hätte man wunderbar entrauschen können. Das ist hier einfach sehr unschön. Gefällt mir überhaupt nicht und macht das ganze Foto kaputt. Denn ansonsten ist es einfach ein klasse Bildwinkel und ein klasse Blickwinkel, den man so wahrscheinlich bisher nicht gesehen hat. Also gerne merkt mal hier unter dem Video an, womit ist es gemacht, wie ist es gemacht und vor allem, wo ist das Foto gemacht. Sonst ist der Verlauf der Häuserschluchten ganz okay. Das ist nichts Dolles und auch sieht nicht aus, als wäre es jetzt so hundertprozentig bewusst irgendwie ins Bild eingebunden. Aber es ist halt einfach eine tolle Draufsicht, wenn die technischen Mängel nicht wären. Das dritte Foto ist von dem Daniel Holländer, hier aus der Hamburger Speicherstadt, ganz offenbar am Blueport entstanden. Das ist ein Event, das ist mal entstanden aus einer Kunstinstallation eines Hamburger Künstlers, der zur Weltmeisterschaft 2006 diverse Blue Goals aufgestellt hat. Und seitdem gibt es, da bin ich mir nicht ganz sicher, am Anfang nur alle zwei Jahre, jetzt habe ich das Gefühl, oder ich glaube es ist jährlich, den Blueport. Das heißt, alle möglichen Hafengebiete werden mit dieser blauen Lichtinstallation versehen, wenn man von oben die Elbe hinunterschaut. Und ich weiß das von Teilnehmern, die genau zu diesem Zeitpunkt spätabends aus Hamburg losgeflogen sind auf die letzte Mallorca-Fotoreise. Also nicht die, auf der ich mich gerade befinde, sondern im September. Und die sagten, ja, sie haben die gesamte Elbe hinab, sozusagen diese blauen Lichtinstallationen gesehen, was wohl sehr geil von oben aus gesehen hat. In diesem Fall sehen wir den Klassiker in Hamburg, das Fletzschlösschen. Das ist auch ganz gut ausgerichtet insgesamt. Leider stürzt es rechts im Bild, sorry, rechts im Bild, deutlich mehr nach innen als links. Das heißt, die gesamte Ausrichtung ist nicht so richtig dolle, aber das Haus in der Mitte steht sehr gerade. Also das Bild ist nicht schief aufgenommen, sondern ausschließlich schlecht ausgerichtet und schlecht entzerrt. Ich finde die Lichtstimmung ganz klasse, besonders mit diesen blauen Lampen. Ich finde, die sind hart an der Überstrahlung, also hätte man die Lichter sicherlich nur eine ganze Ecke runterdrehen können. Und der Himmel hat eine sehr unnatürliche Färbung für Hamburg. Wir haben hier in Hamburg entweder sehr bräunlichen Himmel, immer dann, wenn es bewölkt ist. Und auf diesem Foto ist es überwiegend bewölkt, wahrscheinlich wäre es eher bräunlich gewesen. Oder eben, wenn es einigermaßen klar ist, blauen Himmel. Aber nie so lilanen Himmel, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit den blauen Lampen zu tun hat, aber ich glaube eigentlich nein. Und mir gefällt der Kontrast aus diesen beiden Farben auch nicht so wahnsinnig gut. Und ja, dein Wasserzeichen ist jetzt schon sehr prominent im Foto. Ich kann das verstehen bei so einer Aufnahme, weil es wird natürlich auch schnell geklaut. Und die meisten von euch kennen mein Wasserzeichen, das ist riesig. Aber hier stört es doch die schöne Spiegelung unten ganz schön doll. Insofern, die Schriftart finde ich auch nicht so richtig gut, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Daniel. Also insofern, da könntest du, glaube ich, nochmal dran arbeiten. Das sieht so ein bisschen viel zu verspielt aus insgesamt. Aber schön klar, schön scharf, alles soweit okay. Mit den Mängeln, die ich genannt habe, dass ich tatsächlich denke, es ist einfach eine sehr unpassende Färbung des Himmels. Diese Nachtaufnahme ist von Jan Hendrik Hansen. Jan, auch dir vielen Dank für die Einsendung. Wir sehen irgendwie ein Einkaufscenter oder ähnliches, jedenfalls eine Stadtaufnahme. Und wir sehen gleichzeitig einen sehr tiefen Kamerastandpunkt. Ihr wisst es, ich bin großer Freund davon, wenn der Kamerastandpunkt tief ist. Ganz offensichtlich ist die Blende relativ geschlossen gewesen. Man sieht das hier an diesem hellen Strahler direkt vor dem Center. Ich finde insgesamt den Verlauf von unten rein über diese... Ja, was mag das sein hier? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, das ist irgendeine Brüstung oder irgend sowas. Den Verlauf von unten rein finde ich ganz klasse. Das führt da trotzdem eine ganze Reihe von Mängeln, finde ich, die höchstwahrscheinlich nicht Not getan hätten. Zum einen ist es so, dass ich den Anschnitt links sehr unglücklich finde mit dieser Fußgängerampel und dem leicht nach innen geneigten Ampelmast, den wir hier im Vordergrund sehen. Gleichzeitig ist da jemand irgendwie mit Lichtern durchs Bild gekommen. Und das wird nicht der Fahrradfahrer gewesen sein, den wir hier im Vordergrund sehen. Sondern das ist ganz offensichtlich irgendwas anderes mit roter Lampe und so weiter. Ich weiß auch nicht, ist das die Spiegelung vielleicht hinten? Nein, in der Glasscheibe die Spiegelung ist das nicht. Es ist also irgendwie ganz merkwürdig, dass hier diese ganzen komischen hellen und auch roten Streifen links am Rand sind. Und in der Mitte, am Ende von dieser Brüstung, auf der du die Kamera abgelegt hast, ist so ein weißer Lichtreflex, der kommt, das ist so ein Flair, der höchstwahrscheinlich aus der Lampe oben entstanden ist. Der hätte ich dringend weggestempelt. Und gleichzeitig ist es dann rechts am Bildrand auch überhaupt nicht ausgerichtet. Da kippen die Laternen total nach innen. Also solche Aufnahmen, die nur leicht stürzende Linien haben, gehören unbedingt in Zert, damit sie einfach ein bisschen harmonischer wirken. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, dieser Vordergrund ist schon sehr, sehr massiv. Der nimmt ja quasi 25% des Bildes ein. Und das ist vielleicht auch ein kleines bisschen übertrieben viel. Das hätte ich anders getan. Schärfe okay und sonst soweit auch alles ganz okay. Auch keine totalen Überstrahlungen drin. Insofern belichtungstechnisch gut gemacht. Aber vom Bildaufbau her hat das sicherlich noch Potenzial. Ich würde an einer Stelle mal gucken, ob du nicht mit der Kamera hier nach links in die Ecke, das was wir jetzt hier in der Ecke sehen, treten kannst. Und dann direkt an dieser Brüstung und dem Geländer entlang fotografieren kannst, anstatt die Kamera oben drauf zu legen. Ich glaube, dann wird das Bild wesentlich harmonischer und nicht ganz so dominiert von dieser flachen und genockten und geriffelten Brüstung, die wir jetzt hier oben im Vordergrund sehen. Das fünfte Foto für heute ist von Klaus Wengemeyer. Klaus, vielen Dank für deine Einsendung. Sehr schöne Aufnahme von einer Autobahnszenerie. Ganz offensichtlich irgendwo in Süddeutschland. Wir sehen das ja am Kreuz München-Süd und gleichzeitig an den Alpen im Hintergrund. Das ist schön gemacht, auch insgesamt ganz gut gemacht. Ich finde, die Lichtspuren machen schon eine Menge her. Die größte Schwäche von ganz normalen Langzeitbelichtungen ist mit Sicherheit, dass irgendwann natürlich der Hintergrund und die Umgebung so hell wird, dass man eben irgendwann mal die Aufnahme abbrechen muss. Wenn man so ein sehr langes Autobahnstück fotografiert, wie es der Klaus hier gemacht hat, dann wäre es meiner Meinung nach wichtig, dass es dunkel genug ist. Weil so muss der irgendwann die Aufnahme beenden und dadurch haben wir sehr viele Lichtspuren, die im Bild anfangen oder im Bild aufhören. Und diese Bilder wirken besonders geil, gerade von so Autobahnen, wenn die Lichtspuren über den gesamten Bildausschnitt gehen und man keine Unterbrechungen sieht. Und hier sind eben sehr viel angestückelte Linien, wo einfach Autos im Prinzip am Ende der Belichtungszeit dann waren zu dem Zeitpunkt oder eben auch am Anfang der Belichtungszeit. Und dadurch die Enden der Lichtspuren zu sehen sind, das ist ein bisschen schade. Ganz cool finde ich den Bus, der links durchs Bild gefahren ist. Wahrscheinlich war das ein Bus. Ja, und diesen diffusen Streifen noch gemacht hat, der einen Ticken höher ist. Das ist alles soweit okay, aber du hast einfach einen Ticken zu früh fotografiert. Dadurch sehen wir auch den Müll auf dem Mittelstreifen, alles was da irgendwelche Idioten hingeworfen haben. Das leuchtet allein aufgrund der Tatsache, dass irgendwann, weil deine Kamera ja das Licht einsammelt, dann eben diese Lichtmenge da ist, um das auch ausreichend zu beleuchten. Das könnt ihr im Prinzip nur mit Kameras lösen, die den Live Composite Modus haben, die OMD Kameras von Olympus. Weil da wird eben eine Grundhelligkeit geschaffen mit der ersten Aufnahme quasi. Und dann addiert die Kamera nur noch Lichter. Und dann könnt ihr sehr, sehr lange auch solche Szenerien belichten, sodass die Spuren sehr weit durchgehen. Oder aber, ihr macht es, wenn es dunkler ist. Oder aber, aber dann sind die Lichtspuren auch nicht ganz so hell. Ihr verwendet einen Graufilter, um die Belichtungszeit zu verlängern. Dieses Foto hier ist von Leonard Niemann. Leonard, vielen Dank für deine Einsendung. Im Bildtitel steht hier Hongkong Skyline. Insofern führe mich einfach, das Bild zuzuordnen. Wir sehen also ganz offensichtlich die Skyline von Hongkong. Und da habe ich eine ganz eigene Meinung zu. Ich weiß, die allermeisten fotografieren Skylines so. Aber ich sage es mal ganz offen, die Skyline wirkt halt sehr, sehr platt. Und dafür haben wir unten viel Platz auf dem Fluss oder auf dem Meer. Dazu haben wir oben viel Platz im Himmel. Und zwar völlig unnötig Platz, weil wenn wir so eine Skyline so fotografieren, dann würde ich euch eigentlich das Panorama-Format ans Herz legen wollen. Denn es macht eigentlich aus meiner Sicht gar keinen Sinn, so viel Luft oben und unten zu verschenken. Jetzt kommt das Aber bei der ganzen Nummer. Ich würde schlicht und ergreifend versuchen, irgendwas in den Vordergrund zu nehmen. Denn ihr wisst es, Bilder wirken nur dreidimensional, wenn ihr Tiefe generiert. Hier ist keine Tiefe vorhanden, weil es sehr platt fotografiert ist. Und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Darüber hinaus ist das Bild auch nicht ausgerichtet. Es gehört entzerrt, sodass die Stürzer in Linien weg sind. Die Gebäude kippen alle nach innen. Das macht keinen Sinn. Wie immer in China und Südostasien auf Gewässern fährt hier vorne so ein beleuchtetes Boot hin und her. Da hätte man vielleicht warten können. Aber das ist nur eins, was mich überrascht. Normalerweise ist für so Skylines meistens in Asien viel, viel mehr los. Aber das hätte ich gewartet, dass es nicht im Bildausschnitt ist. Oder aber ich hätte es wegretuschiert. Und ich habe hier auf deine Exif-Daten parallel so ein bisschen drauf geguckt. Du hast das mit einer Fünfzehntel belichtet, wenn ich das richtig sehe. Das ist auch keine tolle Belichtungszeit für so eine Aufnahme. Dadurch sind die Laserstrahlen oben sehr, sehr scharf. Dadurch ist aber auch das Wasser noch sehr strukturiert. Meistens macht es Sinn, diese Aufnahmen einfach mit einer längeren Belichtungszeit zu versehen. Außer du musst irgendetwas scharf abbilden, was sich bewegt. Zum Beispiel, es stehen zwei Leute, die mit dem Handy ein Foto machen von sich selber vor der Skyline hier im Vordergrund, da wo du auch stehst. Und die sollen mit drauf sein. Dann brauchst du vielleicht so eine kurze Belichtungszeit, weil die sich natürlich auch bewegen und leben und atmen. Aber dann wäre es ein ganz anderes Foto, weil dann hätte das Foto leben. So ist es ein sehr, sehr totes Foto. Ohne Vordergrund finde ich nicht so richtig dolle für so eine Skyline. Gerade wenn man die Gelegenheit hat, an solche Orte zu kommen, dann würde ich versuchen, eben ein Foto zu machen, was nicht jeder schon gemacht hat. Und dieses hier, bin ich mir ziemlich sicher, hat jeder mit seinem Smartphone, der da vor Ort steht, in ähnlicher Qualität auch schon gemacht. Jetzt haben wir ein Foto von dem Niklas Will. Und ja, ich weiß nicht, in welcher Bildbesprechungsfolge das war. Ich blende euch das mal hier unten ein. Aber wir hatten so ein Foto schon mal. Und wie ihr mal wieder seht, seht ihr nichts. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, liebe Leute da draußen. Wenn ihr mir Fotos zur Bildbesprechung schickt, dann haben diese Fotos frei von Rechten Dritter zu sein. Das ist bei diesem Motiv nicht der Fall. Das ist auch allgemein bekannt. Wenn ihr euch unsicher seid, googelt mal vorher danach. Weil ich möchte nicht bei jedem eurer Bilder immer gucken, kann ich das verwenden oder nicht. Alle Bilder, die ihr einreicht, da liegt die Haftung bei euch. Also sprich, wenn ihr die Rechte an dem Foto gar nicht habt, dann schickt es mir lieber gar nicht. Und in diesem Fall hast du die Rechte an dem Foto nicht, weil die Kunstinstallation des Objekts, was hier beleuchtet ist, wo ihr gerade nicht sehen könnt. Das ist nämlich der Eiffelturm. Die ist geschützt. Und das Ganze ist nur mit Urheberrechtshinweisen als Veröffentlichung erlaubt. Und dieser Urheberrechtshinweis ist hier nirgends im Foto und auch sonst bei der Mail nicht dabei gewesen. Sonst hätte ich mir das hier reingekopiert. Bin mir ziemlich sicher. Von daher, du hast kein Recht, dieses Bild irgendwo zu veröffentlichen. Ohne Urheberrechtsnennung des Eiffelturms. Denn die haben die Rechte an der Lichtinstallation. Insofern, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es wäre sonst einigermaßen belichtet und auch ganz schön von der Wolkenstruktur. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich noch viel länger belichtet, die Blende noch weiter geschlossen, wenn das möglich gewesen wäre, um die Wolken noch mehr durchs Bild ziehen zu lassen. Aber, wie gesagt, solche Bilder schickt mir bitte nicht, sondern nur welche, wo ihr auch selber alle Rechte am Bild habt. Die nächste Aufnahme ist von Sascha Hase. Lieber Sascha, vielen Dank für deine Einsendung. Wir sehen Marseille von oben. Ja, und das ist auch mal wieder so ein richtig cooles Knallerfoto für eine Aufnahme in der blauen Stunde, in der Dämmerung, ohne dass das so aussieht, als seien da diverse Ebenen übereinander kopiert zum HDR. Dafür sieht das einfach richtig gut aus. Ich finde, das ist toll belichtet und es hat vor allem einen richtig geilen Bildaufbau. Also oben im Himmel ist was los, deswegen hat der Himmel durchaus seine Berechtigung und dieser Übergang, wir fangen mal von oben an, von blau zu rosa und dann wieder zu blau ist auch richtig geil. Da hinten dieses rote Licht, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Also ich selber frage mich, was ist das? Insofern trägt das auch ein bisschen was zum Bild bei. Aber das ist halt ein sehr heller Punkt, der da an einer Stelle ist, wo wir eigentlich ganz gerne hingucken, nämlich auf einem der Drittelschnittpunkte. Und das stört mich so ein bisschen. Den starten Fliege da hinten oder die zwei, die finde ich richtig cool. Und der Vordergrund ist sowieso erste Sahne. Es ist ganz toll, dass du hier links den Hügel mit ins Bild genommen hast mit dieser sich runterschlängelnden Straße, dass dann da diese Häuserwand steht. Eine Häuserwand ist ein kleines bisschen schade, dass dahinter links so ein Riesenrad oder irgendwas zu sehen ist und es auch so ein ganz heller Störfleck ist. Aber diese Häuserwand ist toll, dass in der optischen Verlängerung dieser Häuserwand dann diese Stadtszenerie ist. Die so schön orange leuchtet und diese orangene Straße und hier im Vordergrund der Hügel quasi weitergeht mit dieser leicht bewaldeten Siedlung im Vordergrund. Das ist ganz, ganz toll. Und insgesamt ist da viel drauf zu sehen, viel zu gucken und es ist richtig geil aufgebaut und richtig gut belichtet. Ich finde das ein wirklich erstklassiges Foto. Ja, ich finde es könnte ein bisschen mehr Struktur noch haben. Also du könntest meiner Meinung nach den Klarheitsregler im unteren Bereich nochmal ein bisschen reindrehen und das Ganze ein bisschen klarer machen. Und was mich so ein ganz kleines bisschen stört auch noch ist diese helle Linie, die da vor diesen vorgelagerten Inseln ist. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist auch so was. Ihr wisst es ja, da wo es überall hell ist, da gucken wir hin und wenn hell halt in so dunklen oder einfarbigen Bereichen ist, dann ist das immer so ein bisschen störend. Und insofern, das irritiert mich so ein bisschen, aber insgesamt Sascha, gut gemachtes Foto zur blauen Stunde. Dieses Foto ist von dem Tim Göppert. Tim, vielen Dank für deine Einsendung. Hier ist es mal wieder soweit. Ich weiß nicht, wo es gemacht ist. Tja, mir sagt das Denkmal nichts. Aber man kann auch nicht überall gewesen sein. Und wie gesagt, ich google hier auch nicht nach jedem Foto, wo das denn vielleicht sein könnte. Wenn ihr wisst, wo, wie immer, hier gerne unter dem Video in die Anmerkung, dann werde auch ich ein bisschen schlauer. Beim nächsten Mal erkenne ich es hoffentlich. Insgesamt finde ich das auch ein sehr gut gemachtes Bild. Kann ich nicht anders sagen. Ich finde besonders die Beleuchtung, dafür kannst du nicht, sie hast du nicht gemacht, aber die Beleuchtung von diesem Wasserfall hier im Vordergrund, die ist wirklich mal richtig mega. Und wie das Wasser da in diesen Streifen runterläuft und oberhalb der letzten Kante blau ist und dann durch diesen Lichtschein, dieser Kunstlichtlampen, davor eher so ein bisschen weiß-gelblich. Das ist wirklich richtig geil. Ich finde es richtig cool. Ich finde es megamäßig cool, wie man den Lichtstrahl sieht, mit dem dieses Monument beleuchtet wird. Also da stört es mich noch nicht mal, dass da oben ja anscheinend alles noch im Bau ist irgendwie und eingerüstet. Oder ich weiß nicht, was da oben alles los ist, aber es sieht ja ganz komisch aus. Wie der Wald angeleuchtet ist, gefällt mir auch ganz gut. Und ein bisschen irritiert mich oben rechts in der Bildecke diese helle Wolke, weil sie so ein bisschen vom Hauptmotiv ablenkt. Und ich finde, der Bildaufbau ist nicht so der hundertprozentig allerbeste. Ich sage es mal ganz offen. Das sieht auch eher so ein bisschen drauf, wie einfach mal schnell raufgehalten. Weil ein Teil des Monuments wird verdeckt von dieser Tanne, die dort links am Rand steht. Da, wo das Wasser runterfließt, können wir nicht richtig hingucken, weil das so ein bisschen diagonal aufgenommen ist. Ich weiß, wenn du gerade vor den Wasserfall getreten wärst, dann würden wir diese Lichtstrahlen nicht so sehen, die da oben den Hang beleuchten. Aber nichtsdestotrotz, es ist irgendwie, ich kann das nicht mal hundertprozentig sagen, wann das liegt, aber es ist eben irgendwie auch einfach so ein bisschen draufgehalten. Es könnte mehr Tiefe haben, vielleicht hättest du weiter zurückgehen können, eine Weitwinkelaufnahme machen oder irgendwas mit in den Vordergrund nehmen oder was auch immer. Einfach um ein bisschen mehr Leben in das Bild zu zaubern. Aber Belichtungszeit, technisch und insgesamt Belichtungsmäßig ist es wirklich sehr schön gemacht. Es gefällt mir gut. Und wie das Wasser darunter fließt, da würde ich auch gerne mal zum Fotografieren hingehen, weil das fließt da wirklich beeindruckend in solchen Kaskaden und Streifen runter. Sehr, sehr schön. So, schon das letzte Foto von zehn Fotos heute. Dafür sind wir echt schnell gewesen hier heute, finde ich. Das Foto ist von Uwe Zimmermann. Es zeigt die Vasen, also die Stuttgarter Vasen, glaube ich, ist es, ne? Also ein Volksfest. Und ich finde die Idee eigentlich ganz witzig. Ich sage euch auch warum. Also erstens ist es eine relativ lange Belichtungszeit, die Leute haben sich weiter bewegt. Dadurch ist kaum jemand richtig scharf abgebildet. Außer den beiden, die da rechts vor dieser Magic Fotobude im Dirndl stehen. Das finde ich schon mal so ganz ulkig, dass die nun ausgerechnet auf deinem Foto auch noch das Magic-Foto-Zeug da drauf ist. Aber eigentlich das Beste daran finde ich, dass das Riesenrad steht. Weil meistens sieht man die umgekehrten Bilder. Die Leute versuchen eine möglichst kurze Belichtungszeit zu wählen, wenn das Riesenrad relativ schnell dreht, um das Riesenrad mit Bewegungsunschärfe zu versorgen, aber die Menschen noch einigermaßen scharf abzubilden. Und hier ist genau das Umgekehrte der Fall. Wenn ich mir so umgucke, dann sehe ich hier auch noch eine Fotografen links, glaube ich. Oder, naja, das ist die Hand, ne? Egal, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob du da alleine unterwegs warst. Aber man kann natürlich auch absichtlich mal Menschen so ganz ruhig ins Bild stehen und dafür sorgen, dass andere an einem vorbeihuschen. Oder welche bitten, mal einmal kurz stehen zu bleiben für, keine Ahnung, in deinem Fall sind es 2,3 Sekunden, sehe ich hier gerade. Einfach bitten, stehen zu bleiben. So hast du natürlich so ein paar Ankerpunkte über diejenigen, die relativ ruhig gestanden haben. Gleichzeitig, jetzt sage ich auch was Gemeines, sind die, die rechts im Bild sind, viel zu schnell gelaufen. Und vor allem, was ist das Rote hier im Vordergrund? Also dieses Rot im Vordergrund, das macht das Bild richtig doll kaputt, finde ich. Weil diese Farbe überhaupt nicht zu den restlichen Farben passt. Kommt, das ist dasselbe wie bei vielen Fotos, die wir heute schon gesehen haben. Es ist nicht sauber ausgerichtet. Und dann klickt mal in Lightroom, um das Bild einmal sauber auszurichten. Hilft, ihr könnt einfach mal unter den Korrekturen mal den Auto-Button drücken beim Ausrichten. Vielleicht steht dann das Riesenrad schon gerader und kippt nicht so nach hinten insgesamt. Aber auch wieder am Rand stürzt alles nach innen. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Und dass dieses Zelt hier vorne links im Vordergrund eine Krone auf hat, erschließt sich mir auch nicht hundertprozentig. Und der Winkel ist insgesamt auch nicht so richtig doll. Weil natürlich auch diese beiden blauen Masten und dieser Leuchtmast mit den gelben Lampen sehr stark in das Riesenrad reinragen. Aber die Idee ist, eine gute Bewegung sozusagen darzustellen über relativ lange Belichtungszeiten und andere Dinge im Bild scharf abzubilden. Egal wie rum ihr das macht, das ist immer gut, weil es für Dynamik sorgt. Und ja, ich finde es insgesamt ein ganz gut gemachtes Volksfestfoto. Nicht das Beste und nicht zum Niederknien. Dazu hat es zu viele Schwächen. Aber es ist ganz gut gemacht. Ja, meine Lieben, das war bis jetzt erstmal wieder die letzte Folge aus Mallorca. Nächste Woche bin ich wieder in Hamburg. Das heißt, dann wird wieder ganz normal Bildbeschwerchungsamstag aus Hamburg gesendet. Ihr wisst es ja, Bildbeschwerchungsamstag immer am Samstag 14.30 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal. Und am Mittwoch um 17 Uhr machen wir noch ein Fototutorial Mittwoch. Das heißt, ihr bekommt von uns ein Fototutorial komplett für lau hier bei YouTube. Wer das immer sehen möchte und das noch nicht getan hat, abonniert hier unten und hier oben. Unten kommt gleich noch was anderes als hier oben. Den Kanal und der Beste Fotoschule von der Welt. Und hier unten findet ihr die Fotoreise nach Mallorca und viele weitere Workshops in über 20 deutschen Städten. Mit unterschiedlichen Dozenten aus meinem Team. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Sage gute Zeit, schönes Wochenende, macht es gut. Wir sehen uns auf bald. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.